Willkommen zurück auf meinem Kanal. Alfa Romeo Sauber hat den italienischen Motorsportausrüster Sparco als neuen Sponsor gewonnen. Das Logo wird wie üblich auf dem neuen Sauberboliden zu sehen sein. Nicht nur Reykünen und Giovinazzi, sondern auch die Boxencrew wird von Sparco mit Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Ab dieser Saison werden die Sparco Sicherheitsgurte in den Boliden der Schweizer zum Einsatz kommen. Ein Formel 1 Rennen in Finnland? Ja, das könnte bald Realität werden, denn AKK Motorsport, ein finnischer Automobilverband, hat eine offizielle Studie gestartet, um dort ein Grand Prix stattfinden zu lassen. Bereits nächstes Jahr soll die MotoGP dort gastieren. Die Strecke sei aktuell zu 80% fertig und Mitte diesen Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dort soll der Kimi-Ring, der sich in der Nähe von Helsinki befindet und nichts mit dem Vornamen von Sabopilot Reykünen zu tun hat, auch die vier Voraussetzungen besitzen. Sollte es wirklich zu einem Finnland Grand Prix kommen, wäre es der erste in Skandinavien seit über 40 Jahren, denn der letzte fand 1978 in Schweden statt. Die Strecke besitzt 17 Kurven, hat eine Länge von 4,6 Kilometer und sieht vom Layout her etwa so aus. So liebe Leute, das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben und wenn ihr noch mehr Formel 1 Videos sehen wollt, dürft ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.